Heute, Leute, sind wir im Bermuda-Dreieck. Ihr glaubt es nicht, ey. Das wird der Hammer. Wir sind auf dem geheimnisvollsten Ort auf der ganzen Welt, Leute. Nur, dass ihr es versteht. Wir sind hier im Urlaub. Und wir werden eine tolle Zeit haben. Wir werden schwimmen, tauchen, uns entspannen und alles tun, was wir wollen. Toll, Leute. Worauf warten wir dann noch, Jungs? Los, Jungs, los. Los, komm. Later. Leute, ich gehe zuerst schwimmen. Ist doch klar. Ganz genau mit diesen Dingen hier. Versteht ihr, Leute? Nee, Leute. Ich komme nicht mit. Ich werde mich einfach hier ausruhen. Das, ich denke, ist eine schlechte Idee, wenn du selbst gehst. Wir befinden uns doch schließlich im Bermuda-Dreieck, Alter. Bla, 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 Dimon. Das sind doch alles Märchen, was im Bermuda-Dreieck so gefährlich ist. Woher hast du diesen Scheiß? Haut da hin, Leute. Rapper, rapper, schau mal, schau mal. Ey, ey, hoch. Was ist das? Oh, was ist denn das, Alter? Wer bist du? Hey, Leute. Wo ist Stars? Er badet irgendwo dorthin. Okay, aber ich sehe ihn nirgendwo. Was meinst du? Stars, wo bist du? Stars! Jungs, Jungs, macht der gemeintlichen Sam Stars, da schließe ich eine Apple Watch. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir live sehen können, wo Stars sich jetzt gerade befindet. Oh, Leute, ich habe eine Idee. Ich habe einen Freund, der ist Soldat und er ist jetzt Kapitän. Wir können ihn anrufen, damit er mit dem Schiff hier rankommt. Das ist eine gute Idee. Ja, das ist eine gute Idee. Oh, ey. Hallo, Raffario, wie geht es dir? Ich brauche deine Hilfe, mein Freund. Wir müssen ins Zentrum des Bermude-Dreiecks. Nein, es ist sehr gefährlich, mein Freund. Kein Problem, ich gebe dir so viel Geld, wie du willst. Oh, dann ja, okay, lass uns gehen, komm. Einverstanden, Jungs. Okay, lass uns alle zusammen zum Abgehen. 20 Minutes later. Leute, wo ist die Jacht? Wo ist dieser Jacht? Keine Sorge, wir finden gleich alles. Keine Sorge, machen niemals Sorgen. Oh, hier ist mein Freund. Na, endlich sind wir da. Hallo, Raffio, wie geht es dir? Hi, hi, mir geht es gut. Alles super, alles fresh. Das ist mein Freund. Willkommen auf meiner Jacht. Bitte kommt rein, kommt rauf hier. Ja, los geht's. Lasst das retten gehen. Kommt schon. Oh, Leute, ist das ein tolles Schiff. Wow, und die Jacht ist voll groß, Alter. Also, Kapitän, lasst uns keine Zeit verschwenden. Hier ist das, da müssen wir hin. Natürlich, Jungs, kommt, lasst uns gehen. Leute, wir gehen jetzt zum Bermude-Dreieck. Also, gebt uns unbedingt ein Like und abonniert den Kanal, damit das Glück mit uns ist. Los geht's. Two hours later. Wir sind angekommen, Leute, hier. Wo ist das? Leute, ich fühle mich irgendwie echt nicht gut. Oh, oh, Stas, Stas, da ist Stas. Leute, Stas ist da. Kommt her, Leute. Kommt her, kommt her, da ist Stas. Wo ist er? Stas, 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 Stas. Stas, Stas, Stas. Oh, Leute, Leute, ich schwebe, ich schwebe. Ich schwebe, schaut mal, Jungs, Leute, schaut mal. So ein Mist, Alter. Stas, Stas, komm her. Komm her, ich schaff das. Hey, komm her. Helft mir, helft mir, hey. Stas, komm her. Stas, komm her. Komm, komm, komm. Oh, Stas. Stas, komm, steh auf, Stas, steh auf, Stas, steh auf, Junge. Komm, 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 komm. Komm. Leute, ihr werdet es nicht glauben, was ich gesehen habe. Unglaublich da draußen. Was hast du gesehen? Was hast du gesehen? Etwas Paranormales ist passiert. Plötzlich hat mich das Meer mitgenommen. Dann bin ich irgendwo aufgewacht. Ich habe meinen Geist gesehen. Ihr glaubt es nicht, Mann. Wovon redest du? Bist du komplett dumm? Geist existiere nicht. Du musst wohl einen Sonnenschlag bekommen haben oder so. Aber ich sage die weit, Alter. Der hat doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Und jetzt sehen, lasst uns von hier verschwinden. Die sind doch alle total durchgeknallt. Ach, was auch immer. Rafa, wo und wie hast du diese große Yacht gefunden? Ist ja unglaublich. Ja, mein Freund ist hier. Er ist Kapitän und das ist seine Yacht. Und du bist gekommen, um mich zu retten, oder? Ja, ja, ja. Aber wie auch immer. Lass uns den ganzen Tag und die ganze Nacht hier abhängen. Und wir werden gucken, ob der Geist des Vermutertreiecks wirklich ist hier. Ausgezeichnet, ausgezeichnet Entscheidung. Ich bin im Spiel. Lass uns gehen. Timon, willst du vielleicht tauchen gehen? Leine das hier, ich kann nicht mehr. Es ist total schlecht. Gut, wie du meinst. Ich gehe alleine tauchen. Okay, shit, gehe alleine. Leute, gleich kommt hier die tollste Arschbombe auf der Welt. Oh, Leute, gebt zu, das war ein guter Sprung. Oh, und Dissers ist da tauchen gegangen. Stars, komm, lass uns auch tauchen gehen. Ja, geh tauchen, okay? Oh, was ist denn das, Alter? Okay. Rafa, geh mal springen, alles klar. Ich habe eine andere Idee, Jungs. Schaut mal hier. Das Daddy ist wieder da. Leute, und ihr, meine Freunde, schreibt in die Kommentare, wer am besten taucht. Natürlich nur Rafa, 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 Rafa. Jetzt machen wir eine Challenge, wer am besten taucht. Alles klar? Ja, super, gute Idee. Du springst als Erster. Also, ich bin bereit. Komm, lass uns zusammenzählen. Und ihr, schreibt in die Kommentare, wer am besten ist. Eins, zwei, drei. Ich bin besser gesprungen. Nee, ich war besser. Du hast, nee, gar nicht. Nur chill, Army. Nee. Okay, ich nehme jetzt diesen Seabob hier. Das wird großartig, Jungs. Seid ihr dabei? Hey, 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 hey. Und los geht's, Jungs. Uwey. Leute, ich werde mich jetzt ein bisschen hinlegen, da ich mich echt nicht wohlfühle. Leute, ich habe eine Idee. Ich gehe fischen, weil ich weiß, dass Angeln mich ablenkt und ich mich dadurch besser fühlen werde. Also, Leute, lasst uns gehen. Großartig, Jungs. Jetzt werde ich voll viele Fische fangen. Also, fangen wir an zu fischen. Oh, Mann, wie ich das liebe. Das ist richtig gut. Ja, Mann. Leute, ich werde jetzt ein bisschen baden gehen. Einfach göttlich, Jungs. Einfach nur göttlich. Perfekt. Ja, ja. Ich habe eine Idee. Leute, ich bin hier schon so lange und ich habe noch keinen einzigen Fisch gefangen. Stell dir das mal vor. Oh, mein Gott. Oh, oh, oh. Freunde, ich habe einen am Haken. Ich habe da einen am Haken. Komm schon. Komm schon. Lass ihn rausziehen. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Oh, scheiße, Leute. Was passiert? Leute, was ist denn los? Scheiße. Oh, scheiße. Mann, was ist Hilfe? Komm schon. Komm schon. Er gibt nicht nach. Noch stärker ist ihn. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Was zum Teufel ist das? Welche bunte Badehose ist das? Alter, wen gehört hier? Ah, ich glaube, Jungs hat Rafario. Ich wollte Fische fangen. Keine Badehose. Rafario. Was soll ich denn machen? Ich bin nur eine Badehose. Es tut mir leid, Rafario. Es tut mir leid. Hier, nimm sie zurück. Nimm sie. Hier, bitte. Hol sie dir. Komm schon. Simon, komm. Hierher. Simon, was hast du gemacht? Simon, du bist ein richtiger Idiot. Du machst einfach nur den ganzen Tag scheiße. Einfach nur Mist. Du bist richtig... Nimm das. Nimm das. Oh, Leute. Ich hätte mir das alles nicht anhören sollen. Ich glaube, ich bin kein guter Angler. Ich gehe und mache irgendwas anderes. Leute, es war ein Streich und der hat funktioniert. Alles klar, Simon? Simon, wie hat dir der Streich gefallen? Komm, sag schon. Ja, total. Du hast eine gute Fantasie. Ja, natürlich bin ich sehr schlau. Ist doch klar, Alter. Wenn auch nicht immer. Oh, Rafa, hey, schau mal. Es reicht für heute, Leute. Also, Rafa, weißt du, dass ich dich ohne Badehose gesehen habe? Das ist absolut nicht lustig. Überhaupt nicht lustig. Du verstehst gar nichts, Junge. Das war so lustig. Ja, das war der beste Frunk überhaupt. Der Kapitän führt gerade das Schiff. Und steuern möchte ich auch. Also werde ich ihn darum fragen. Was? Du bist zu jung zum Steuern, Alter. Du bist viel zu klein, Mann. Schaffst du sowieso nicht, Junge. Nein, nein, nein. Ihr könnt mich so viel wie möglich necken. Aber wisst ihr was? Ich werde trotzdem noch steuern. Ach komm, laber mich nicht voll, Alter. Ich gehe und frage ihn trotzdem. Guten Tag. Darf ich auch mal steuern? Ja, kein Problem. Großartig. Vielen Dank. Ha, jetzt bin ich der Kapitän. Und weil ich der Kapitän bin, kann ich alles Mögliche machen auf dieser Yacht. Ich kann steuern und alle Knöpfe drücken. Also, Leute. Mir ist ein richtig guter Streich angefallen. Ich habe ein Programm auf mein Telefon heruntergeladen, das die Stimme ändert. Und hier habe ich ein Walkie-Talkie. Und jetzt werde ich die Jungs erschrecken. Als wäre ich ein Geist. Alter, stellt euch das vor. Aber bevor ich anfange, muss ich den Schiffsmotor ausschalten, Leute. Also, folgt mir und schaut zu. Schmeckt mir. Und schon mal raus geht's. Also, Leute. Ich drücke auf den Knopf. Mann, ist das cool, Alter. Was ist hier passiert? Was ist kaputt gegangen? Was soll das? Hey, du kleine Scheiße. Ich bin der Geist, der Schiff ist. Und jetzt, wenn du hier treibst, du hast deine Beziehung noch nicht erhalten. Ich kann es nicht glauben. Er kommt wieder für mich. Ich habe dir gesagt, es ist wahr, Freunde. Ich habe es gesagt, Mann. Oh, nein. Ravario, Ravario, ich habe Angst. Keine Angst, mein Sohn. Keine Angst. Voll erwischt. Das war ein Streich gewesen. Welchen anderen Streich? Warst du ein Streich? Wovon redest du, Mann? Hey, hast du sie noch anlackt? Du sowas nie wieder, Alter. Simon, hier ist absolut kein Platz für Witze und für Scherze. Hier passieren einfach nur seltsame Dinge. Verstehst du? Okay, Freunde, entschuldigt mich. Ich wollte nur zum Lachen bringen. Also, tja, Freunde, wusste nicht, dass es so läuft. Und gelacht hast nur du. Wir haben nicht gelacht. Guten Abend, ich bin schon wieder. Könnten Sie mir zeigen, wo hier die Hupe ist? Genau hier. Dankeschön. Schaut mal, Leute, was für ein Prank ich mir ausgedacht habe. Was ist passiert? Oh, Jesus hat es geschafft. Oh, Jesus, bist du beknackt? Was machst du da, Alter? Ah, Leute, ich habe richtig Hunger. Ich möchte etwas essen gehen. Und ich auch, um ehrlich zu sein. Ich habe voll Hunger, Freunde. Dann lass uns doch in die Küche gehen. Worauf warten wir denn noch? Kommt, Junge, lass uns gehen. Los geht's. Yes, Alter, Koch oder was? Guten Abend, die Herren. Oh, das ist ja eine geile Küche hier. Bist du Koch oder was? Was kochst du denn hier? Mach mal was klar, Alter. Ja, ja, ja. Ich habe keine Ruhe dran hier. Sie können sich an den Tisch setzen. Ich werde Ihnen alles bringen. Oh, ja, ja. Komm, mach, Alter. Oh, was für verrückte Herrschaften. Oh, ist das geil oder was, Alter? Direkt auf dem Wasser hier. Ja. Los, lass uns essen. Guten Appetit, die Herren. Oh, das war so lecker, Alter. Ich kann's nicht glauben, Mann. Mann, ich kann mich gar nicht bewegen. Oh, ich kann nicht mehr. Lass uns dorthin hinsetzen. Okay, lass uns gehen, Jungs. Los. Kommt schon, Leute. Lasst uns ein bisschen fernsehen und uns ausruhen. Was weiß ich? Ja, los, Stars. Du bist richtig, richtig schlau. Stars, jetzt sag uns mal die Wahrheit. Hast du uns getäuscht oder hast du wirklich einen Geist vorhin gesehen? Hey, was laberst du? Ich habe nicht geschummelt. Ich habe es wirklich gesehen, Alter. Laber nicht. Ja, Stars, komm schon. Laber kein Unsinn. Jungs, Jungs, komm mal her. Das müsst ihr gesehen haben. Los, komm. Was, was, was? Was ist passiert, mein Freund? Kommt schnell mit hier. Schaut mal, schaut mal da. Was ist denn mit euch kaputt, Alter? Das sind meine Gewässer hier. Verpisst euch alle schnell, sonst wäre ich so. Leute, das ist genau dieser Geist, den ich gesehen habe. Ey, Kapitän, ey, ich starte den Motor. Aber los, schnell. Ey, ey, ey. Los, los, schnell, schnell, Alter. Komm, schnell, läuft, läuft. Alle schnell in die Kabinen. Versteckt euch. Ich habe vor nichts Angst, Alter. Wo bist du, Geist? Komm her. Ich habe uns vor Gespenstern. So, was sind wir denn? Oh, wir sind wieder da. Stars, Odysseus, kommt her. Wir sind da, kommt. Leute, lass uns sehen, was Raffario will. Hey, Raffario, was zum Teufel ist passiert? Oh, Leute, wir sind jetzt im Hafen. Lasst uns rausgehen. Toll, toll, los, schau mal. Los, komm. Leute, das war das geilste Abenteuer, das ich je hatte. Das war unglaublich spannend. Wir hatten eine voll geile Zeit, Leute. Leute, das war richtig geil abgefahren. Leute, wenn ihr den zweiten Teil sehen wollt, dann müsst ihr unbedingt ein Like hinterlassen. 50.000 Likes brauchen wir. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert uns, dann verpasst ihr nie wieder ein Video. Und nicht vergessen, klickt immer auf die Glocke, um kein Video zu verpassen. Tschüss. Adieu, meine Freunde. Adieu, meine Freunde.